So, und aber dann ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, im heutigen Video leider mal wieder etwas Unschönes. Und zwar wurde ich mal wieder von einem Zuschauer auf einen Fake-Shop hingewiesen, über den ich doch mal ein Video machen soll. Und natürlich machen wir das auch sehr gerne, weil das natürlich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ist. So, wie immer rechtlich gesehen müssen wir es natürlich so formulieren, ein vermutlich Fake-Shop. So, nicht, dass uns dann noch irgendjemand strikt daraus drehen kann. Ja, aber dieser Shop ist tatsächlich auch bei gold.de jetzt schon für November. Also es ist ein relativ neuer Shop noch. Das ist für November jetzt auch in die Blacklist auf gold.de aufgenommen worden, weil es jetzt nicht wisst, es ist ein sehr, sehr nützliches Tool, was ihr dazu verwenden könnt, um direkt zu prüfen, ob ein Shop, bei dem ihr unter Umständen bestellen wollt, ein Fake-Shop ist. Und in dem Fall solltet ihr das dann natürlich unterlassen. So, aber dieser Shop ist, wie gesagt, jetzt hier ganz neu aufgeploppt. Deswegen hat mich da auch direkt jemand darauf hingewiesen, solch mal ein Video zu machen. Machen wir auch auf jeden Fall. Wir gehen gleich direkt rein in den Shop, gucken uns die ganzen Sachen an. Ich muss wirklich sagen, es ist ein bisschen erschreckend. Die werden wirklich immer, immer, immer besser. Das ist wirklich was, wo man jetzt sagen könnte, okay, bei manchen Sachen könnte da der ein oder andere jetzt tatsächlich sogar drauf reinfallen. So, gut, aber so und so viel erstmal dazu. Wir gucken uns jetzt nochmal schnell an, was ich heute mitgebracht habe. Da habe ich einmal einen 50 Gramm Umicor Feinsilberbarren mitgebracht. Sehr, sehr schöner Barren zur Anlage. Natürlich bei gewissen preislichen Unterschieden gut zu gebrauchen. Ja, kommt dann immer darauf an, was man zahlt. So, weiter geht es mit einem 10 Unzen Canadian Maple Leaf. Ich glaube, das Ding heißt Magnificent Maple Leaf oder sowas in der Art. Wirklich eine sehr, sehr schöne Münze. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich die jetzt hier nochmal mitgebracht habe. Weil die hatte ich wirklich schon länger nicht mehr dabei. Als nächstes haben wir eine Münze, mit der ich auch schon länger, glaube ich, nicht mehr dabei hatte. Und zwar ist das eine 2 Unzen Luna 2 Hahn Münze aus dem Jahre 2017. Eine der ersten Münzen, die hier auf dem Kanal gezeigt wurden. Wirklich eine sehr, sehr coole Münze. Und als letztes habe ich noch mitgebracht eine 1 Unzen Australian Kangaroo Silber Münze aus dem Jahre 2019. Das ist die aus dem Anlaufexperiment. Und ihr könnt sehen, ja, die ist so ein bisschen angelaufen, aber es ist jetzt nichts großartig dramatisch. Das ist wirklich eine, die ich den ganzen Tag hier, wenn ich hier unten bin, in der Hand habe und umherwerfe. Also dafür muss man wirklich sagen, hat sich nicht großartig verändert über die Jahre. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt in den Shop hier rein. Ich nehme mal hier dazu mein etwas älteres Mobiltelefon, damit ich euch das wirklich auch alles so zeigen kann, wie ich es hier sehe. So, also das Ganze heißt gold-und-handel.de. Die haben immer solche seltsamen Namen, weil natürlich die guten Namen alle irgendwo schon vergeben sind. Allerdings muss man wirklich sagen, dass dieser Shop hier ein bisschen unterschiedlich ist zu denen, die wir schon kennen. Einfach besser gemacht ist, muss man ganz klar so sagen. Es gibt hier keinen extrem verlockenden Geschichten irgendwie, wie 400 Euro Neukundenrabatt oder sonst irgendwelche Geschichten. Das gibt es hier nicht. Es gibt ein paar andere Sachen, die merkwürdig sind, aber die sieht man auf den ersten Blick gar nicht so unbedingt. Wir sehen uns das gleich alles nochmal an. Prinzipiell haben wir hier erstmal die Homepage. Ja, es sieht relativ normal aus. Wir haben hier sogar so einen, sie haben Fragen, kostenlosen Rückruf und so weiter und so fort. Ich bezweifle, dass man da irgendwas Sinnvolles beantwortet kriegt. Aber man könnte das natürlich auch mal probieren. Ich will da jetzt aber nicht anrufen, weil ich habe nur diese Handynummer und ich hätte die ganz gerne nicht irgendeinem Scammer gegeben. Dementsprechend so viel dazu. Aber die Nutzungsbedingungen und Cookies auf solchen Seiten nie bestätigen. Ihr wisst nicht, wo ihr da drauf drückt. Die können da ja sonst irgendwelche Texte hingeschrieben haben. Was ihr da tatsächlich bestätigt, wisst ihr nicht. Also nicht drauf tippen, okay? Auf gar keinen Fall in irgendeiner Form damit interagieren. Nichts bestätigen und sonst irgendwas machen. Da können irgendwelche Daten verkauft werden und so weiter und so fort. Das wollen wir alles nicht. So, jetzt haben wir hier natürlich direkt so eine schöne Seite, die uns sagt, hier können wir Goldbarren bestellen. Und hier können wir Goldmünzen bestellen. So, da klicken wir jetzt erstmal auch noch nicht drauf. Wir scrollen jetzt erstmal runter. Da sehen wir hier nämlich auch schon das erste Produkt, was verkauft wird. Und zwar ist das 1000 Gramm, weil Kambi gegossener 1 Kilogramm Barren plus Zertifikat. Ja, das ist natürlich dementsprechend dann nicht der Barren, der hier auf diesem Foto ist, weil der ist nicht mehr eingepackt. Und dementsprechend ist das Zertifikat normalerweise auch nicht mehr vorhanden. So, interessant an dieser Stelle ist allerdings natürlich noch, dass die, weil Kambi normalerweise jetzt nicht so die günstigsten sind. Und wenn ihr euch mal hier den Preis anschaut, seht ihr, das ist genau Spot. Da ist kein Aufschlag in irgendeiner Form oder sonst irgendwas drauf. Das ist genau der Spot, den wir heute haben. So, erstmal jetzt vielleicht noch nicht sehr besorgungserregend. Und das ist das Problematische daran. Ja, einfach in 1000 Gramm Goldbarren kann man hier kaufen. Ja, hier gibt es auch noch mehr. Ja, gut, die kosten jetzt alle das Gleiche, okay, aber sind vielleicht Barren, die die so angekauft haben, was weiß ich. Das ist irgendwo noch legitim. So, eine weitere sehr, sehr verwirrende Geschichte an dieser Stelle ist, dass die 100 Gramm Barren eigentlich, ja, im Prinzip den gleichen Wert haben müssen. Ja, den gleichen Preis haben müssen. Haben sie aber nicht. Der Preis ist anders. Ja, also im Prinzip, wenn ich jetzt 10 davon nehme, müsste ich bei dem Preis von dem hier rauskommen. Würde ich aber nicht. Das würde mich definitiv mehr kosten. Und das ist ganz klar was, was wir in der Vergangenheit nicht so gesehen haben. In der Vergangenheit war das so, dass die alle runtergerechnet genau den gleichen Preis hatten. Das heißt, definitiv eine Verbesserung da. Macht es definitiv schwer für Leute, die nicht so in der Materie hier drin sind, festzustellen, dass das ein Fake-Shop ist. So, jetzt ist es auch noch so, zum Glück sind die 100 Gramm Barren, ja, die haben alle den gleichen Preis. Hier ändert sich aber auch von der Beschreibung her immer was, ja. Die sieht immer irgendwie anders aus. Es ist auch was, was es bei den anderen überhaupt nicht gab. Also hat sich wirklich jemand die Mühe gemacht und hat die Sachen tatsächlich hier in der Beschreibung reingemacht. Ja, ne. Es sind alles solche Sachen. ESG Gold Recycling Barren haben wir hier so wie haben wir ja sogar auch, ne. Also ist krass. Also das ist wirklich viel, viel besser, als die Dinger früher waren, ja. Früher konnte man wirklich relativ leicht erkennen, okay, das muss definitiv Fake sein. Das kann man hier nicht. So. Ist problematisch, ja. Ich war mir auch wirklich gar nicht wirklich sicher, ob das zu 100% ein Fake-Shop ist. Ich wusste es nicht, bis ich jetzt das nächste mir angeguckt habe. Das sehen wir uns gleich an, ja. Aber ich habe dann nochmal auf gold.de geguckt, habe mal geguckt, ob das vielleicht schon in diesem Monat in der Blacklist drin ist. War es, ja. Sehr, sehr gut. Damit kann ich mir zumindest ziemlich sicher sein, dass das tatsächlich auch ein Fake-Shop ist. So. Und zumindest höchstwahrscheinlich. Ja, wie gesagt, rechtlich wollen wir uns da jetzt nicht in irgendwelche Bredouillen bringen. Interessant ist übrigens, auch in dieser Stelle hier zu sehen, könnt ihr da oben lesen, ihr Goldscheideranstalt seit 1972 für Goldbau und Goldmünzen und mehr. 1972 ist ein Jahr, was die super gerne alle benutzen. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist in 1972, aber muss ein ganz tolles Jahr für Fake-Shops gewesen sein. Weil das war irgendwie, das ist so das Standarddatum, was die alle haben. Keine Ahnung warum, aber ist so. So. Wahrscheinlich 50 Jahre kann man wahrscheinlich gut verwenden, um den Leuten irgendwelche Sachen zu verkaufen. Ja, irgendwelche zusätzlichen Dingsis. Wie auch immer. Was wir jetzt mal hier machen, ist, wir gucken jetzt mal auf die Goldmünzen. Das ist nämlich wirklich das Interessante hier. Erstmal, wir klicken auf die Goldmünzen, da haben wir Goldmünzen allgemein und dann Krügerand-Goldmünzen. Warum ist das separat aufgeführt? Weil natürlich diese Seite speziell auf Leute abzieht, die nicht wirklich viel Ahnung von Gold und Silber haben. Krügerand ist die bekannteste Goldmünze der Welt. Punkt. Es gibt keine, die ansatzweise so bekannt ist. Jeder hat irgendwann schon mal was vom Krügerand gehört. Gerade ältere Leute, die vielleicht ihren Kindern oder Enkelkindern jetzt was zur Weihnachten schenken wollen, kennen normalerweise auf jeden Fall den Krügerand und suchen auch speziell danach. Deswegen ist die hier auch speziell aufgeführt. So. Wir klicken einfach mal auf Gold Krügerand. Mal sehen, was da passiert. Hier haben wir Krügerand, zweimal eine halbe Unze für Sportpreis. Will es euch nicht zu früh verraten, aber das gibt es nicht. Eine Unze Goldmünzen, Krügerand, 1975 Sportpreis, 76 Sportpreis, 77 Sportpreis, 78, 79, 80, 82. Das muss die vollständigste Krügerandsammlung der ganzen Welt sein, weil da ist jeder einzelne Krügerand aus jedem Jahr drin. Also ihr kriegt ungefähr eine Idee. Nein, definitiv nicht. Kein Händler, den ich jemals gesehen habe, hat jeden Jahrgang vom Krügerand von ab dem Jahr 1975 auf Lager. Keiner. Einfach keiner. Dementsprechend und vor allen Dingen auch nicht für den gleichen Preis, weil die kosten alle 1710 Euro. Alle. Ausnahmslos. Wir können ja mal ganz nach hinten gehen. Wahrscheinlich haben die auch eine neue, neuen Krügerand, diverse Jahre. Ja, ja, schön. Haben wir auch noch. 2020er kostet auch noch 1700. Alles klar. Gut, also ihr kriegt ungefähr eine Idee. Zielt ganz speziell auf Leute ab, die nicht wirklich viel Ahnung haben davon. Und speziell nach dem Krügerand suchen. So, jetzt gucken wir uns aber nochmal die normalen Goldmünzen an. Also beziehungsweise Goldmünzen allgemein, wie es hier genannt wird. Weil, das ist auch nochmal was Interessantes. Da werden nämlich Goldmünzen aufgeführt, die es schon seit Jahren fast überhaupt nicht mehr zu kaufen gibt. Wie zum Beispiel 2018er Ausgabe der Perthman Birds of Paradise. Habe ich keine Chance gehabt, die zu einem günstigen Preis zu finden. Hier Spot. 2018er Emu in Gold. Spot. 2018er Black Swan. Spot. 2019er Birds of Paradise. Spot. 2019er Black Spawn. Spot. Spot. Ihr kriegt ungefähr eine Idee. Das sind alles seltene Münzen, die es mittlerweile nur noch sehr, sehr selten zu kaufen gibt. Hier haben wir auch von der Royal Canadian Mint diese 5,9er Feinheitsmünzen. Unglaublich schwer zu finden mittlerweile. Ja, diese ganzen Sachen. Hier zum Beispiel auch 40 Jahre Maple Leaf Jubiläum. Wirklich schwer zu finden, diese ganzen Geschichten. Da gibt es natürlich auch mal wieder welche, die nicht so schwer zu finden sind. Wie zum Beispiel die Eagles und so weiter und so fort. Aber teilweise halt einfach auch Münzen, die es einfach für diese Preise überhaupt nicht mehr gibt. Ja, hier zum Beispiel ein Unze Luna 3 Maus. Meines Wissens nach weit über 2000 Euro im Moment. Ja. Und die ist noch relativ neu. Ja. Hier. 2015er Luna 2 Jahr der Ziege. Was zahlt man dafür heute? Bestimmt 3000 Euro. Ja. Das kostet hier 1710. Also, ihr kriegt mir ungefähre Vorstellungen davon. Das sind solche Sachen, die ziehen speziell auf Leute ab, die keinen Plan davon haben, was Sammlerwerte für diese Münzen sind. Warum sind die hier alle so aufgelistet? Im Prinzip eine ganz einfache Geschichte. Weil diese ganzen verschiedenen Designs darauf abziehen, dass sich jemand da was raussucht, was ihm gefällt. Wo er denkt, okay, das ist das, was aktuell ich so für einen Goldpreis kriege, diese Münzen und so weiter und so fort. Und da suche ich mir jetzt einen raus, der mir gefällt. So. Ja. Geht natürlich total nach hinten los. Wissen wir ja. Wenn man hier sowas kauft, das wird man natürlich niemals erhalten. Leider. Vermutlich. Sagen wir einfach mal so. Vermutlich. Meiner Meinung nach. So. Damit wir es hier auch nochmal rechtlich ein bisschen neutraler halten. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was denn eigentlich hier bei dem ganzen Fragengedöns hier passiert. Da können wir uns auch nochmal durchlesen, was es dazu so gibt. Was man hier so viele Fragen hat. So. Okay. Ist der Versand versichert? Gucken wir doch mal. Ist der Versand versichert? Ja. Wir sind als gewerblicher Anbieter versichert, versichert zu versenden. Das. Ist das so? Ist man als gewerblicher Anbieter verpflichtet, versichert zu versenden? Weiß ich gar nicht. Muss ich ehrlich sagen. So. Was haben wir hier noch? Was kostet der Versand bei Gold, Silber, Kontor, GmbH? Ah. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Planung per Überweisung an. Ja. Das ist gut. Und was ist hier noch? Und was ist hier noch? PayPal nehmen bis zu 3%. Ja. Ja. Das ist richtig. Aber ich meine, ihr nehmt ja auch bis zu 100% von dem, was man hier bestellt. Weil dementsprechend passt das bestimmt auch. Gibt es ein Widerrufsrecht? Bei Bestellungen von Edelmetallen, blablabla. Ach okay. Da haben die einfach, naja. Gut. Da haben die einfach den Gesetzestext reinkopiert. Das ist ja schön. Aber ich meine, das ist ja egal. Weil man kriegt sowieso nichts. Also kann man auch nichts zurückrufen. Dementsprechend. Wurscht. Kann ich die gekauften Produkte auch abholen? Ja. War mir schon klar. Wäre ja auch lustig gewesen, wenn man das abholen könnte. Daher wären wir jetzt alle mal hingefahren. Hätte mal geguckt, ob man das da auch abholen kann. Nein. Natürlich sind es ein reines anderen Unternehmen. Sehr selten übrigens. Leute, falls es euch interessiert. Es gibt sehr, sehr, sehr wenige Gold- und Silberhändler, die tatsächlich keine Abholung anbieten. Ich habe bis jetzt eigentlich noch keinen gesehen. Ich habe es noch nicht oft in Anspruch genommen, die persönliche Abholung. Weil ich im Prinzip, wenn ich was physisch, also direkt persönlich kaufen will, gehe ich zu meinem lokalen Händler hier. Aber die meisten Händler haben auch ein Ladengeschäft, wo man was abholen kann. So. Der Fakt, dass das hier nicht der Fall ist, passt natürlich zum Gesamtbild. Gibt es ein Echtheitszertifikat, wie mit Sicherheit, das beantworten die mit Ja. Ja, klar. Es gibt, das ist auch schön, weil auf die meisten Produkte, die die hier im Shop haben, gibt es natürlich keine Echtheitszertifikate, weil die von der MINT her nicht mit einem kommen. So. In einem Unterstopp nicht gefunden. Können Sie uns das bestellen mit Sicherheit, oder? Auch über unsere Partner beziehen können. Lieferbar sind soll dieses Produkt nicht. Also können wir Ihnen das leider auch nicht bestellen. Das ist ja merkwürdig. Ich hätte jetzt gedacht, die würden mir sagen, ja, safe, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Bitte einer, Geld überweisen. Wundert mich. Aber gut. Naja. Ah, da ist auch der Neukundenrabatt von 400 Euro. Ach, hier versteckt er sich. Das ist ja interessant. Wird aber gar nicht beworben. Passt auch wieder zu dieser Geschichte. Die wollen es halt nicht mehr so offensichtlich machen. Aber hier ist trotzdem unser solider Neukundenrabatt von 400 Euro auf eine Bestellung von 3000 Euro oder mehr. Solide. Gut. Ei, 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 ei. Ach, wollen wir das mal machen, Leute? Hier, hier können wir noch Kundenbewertungen lesen von Trusted Shops. Ich würde sagen, das machen wir mal. Ich würde sagen, da klicken wir mal drauf. Mal gucken, was da passiert. Natürlich sind das 99% davon 5-Sterne-Bewertungen und eine einzige 4-Sterne-Bewertung. Das ist übrigens auch immer so. Bisher sind auf genau 150 Bewertungen. Ah ja, genau, ich glaube es auch. So. Ja, das ist ja schön, ne? Also, ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Ihr wisst ja alle wahrscheinlich, dass man Bewertungen kaufen kann, ja? Also, ich meine, das sind alles gekaufte Bewertungen und dementsprechend läuft das auch, ja? Es gibt sonst eigentlich überhaupt keine Shops, die 99% 5-Sterne-Bewertungen haben und eine einzige 4-Sterne-Bewertung. Gibt es nicht. Habe ich noch nie gesehen. Es gibt immer irgendwen, der irgendwas schlecht bewertet, weil er irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht hat. Das ist einfach, und auch genau 150 Bewertungen, ist auch schön. Sind die auch alle vom November? Nein, tatsächlich nicht. Die sind da schon ein bisschen länger dran. Mal gucken, wann die erste ist. Wir gucken mal auf Seite 6, mal gucken, wann die erste Bewertung hier war. Tatsächlich schon im Januar 2021. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob diese Trusted-Shop-Seite hier tatsächlich die Trusted-Shop-Seite ist. Kann natürlich auch sein, dass das eine Fake-Seite ist. Unter Umständen ist das wahrscheinlich auch so. Ja, wahrscheinlich ist das auch so eine vorgefertigte Seite. Weiß ich nicht, bin ich so oft auf Trusted-Shops. Aber ich denke mal, ihr kriegt eine ungefähre Vorstellung von diesen ganzen Geschichten. Und das ist wirklich einer, der hier relativ neu erst aufgeploppt ist. Und von dem ich jetzt, wie gesagt, zwei Anfragen gekriegt habe. Was denn mit dem ist? Der eine, ja, die eine Person hat mich gefragt, was ist denn mit diesem Händler da? Ja, und die andere Person hat mir das Ganze eben dargelegt. Schon als Betrugs-Shop und dementsprechend deswegen habe ich auch diese ganze Geschichte jetzt hier gemacht. Es ist eine problematische Geschichte. Die werden mit der Zeit immer besser werden, Leute. Das muss ich euch ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Und es wird in Zukunft sehr, sehr schwer werden, wirklich zu sagen, okay, dieser Shop ist vermutlich ein Betrugs-Shop und dieser Shop ist vermutlich keiner. Es ist sehr schwierig. Und wie gesagt, es sind solche Sachen, je mehr Zeit die Leute da reinstecken, je mehr Geld die Leute auch da reinstecken, desto besser werden diese Betrugsgeschichten. Und desto schwerer wird es auch, die ausfindig zu machen und dagegen irgendwas zu unternehmen. Beziehungsweise vielleicht auch nur zu warnen, weil es wird wirklich sehr, sehr schwer in Zukunft werden, die noch von normalen Shops zu unterscheiden. Das habe ich bei einem letzten Shop-Video schon gesagt, aber es wird immer schlimmer. Ja, das ist einfach nur mal so. Ja, im Prinzip, das Einzige, was man machen kann, ist, sich wirklich gut im Vorfeld erkundigen, was muss ich wissen, bevor ich irgendwas kaufe? Was sind realistische Preise für die Sachen, die ich kaufen möchte? Sich nicht nur diese Sachen anzuschauen, sondern den Shop im Generellen zu gucken, kann das sein? Zu gucken, wenn da irgendwas ist, was einem zu günstig vorkommt, gucken wir mal auf Ebay, gucken wir mal in anderen Shops, für was wird das da so verkauft? Und dementsprechend dann seine Entscheidungen treffen. Man kann nicht einfach darauf vertrauen, dass irgendein Shop, der jetzt vielleicht halbwegs realistisch aussieht, einem keinen Fake andreht. Oder beziehungsweise, ich vermute mal nicht, dass man überhaupt irgendwas bekommen würde. Ja, ich vermute mal, dass diese Shops verschwinden, sobald da einer was gekauft hat für diese 3.000 Euro. Das sind einfach solche Geschichten. Ich glaube auch nicht, dass die hier günstige Sachen anbieten. Da können wir ja gerade nochmal gucken. Aber ich glaube nicht, dass die hier günstige Sachen anbieten. Solche Sachen wie ein Zehntel uns oder sowas, irgendwelche günstigeren Geschichten, glaube ich wirklich nicht, dass die das hier anbieten. Gucken wir mal, niedrig nach hoch, mal sehen, ob da irgendwas passiert. So, das lädt auf jeden Fall. Ich vermute mal, dass die alle gleich viel kosten. Ja, die kosten alle 1.000, die kosten alle 1.710 Euro. Das ist, die verkaufen hier nichts, die verkaufen hier nichts, jetzt habe ich auch schon auch selbst auf das Cookie-Ding gedrückt. Aber nicht akzeptieren, ja, das ist das Hauptding. Ne, darauf ist egal. Aber das Ding ist, die verkaufen hier nichts Günstiges aus dem bestimmten Grund, dass, wenn eine Person da eine Sache kauft, der Shop direkt verschwindet, nicht auffindbar ist in irgendeiner Form. Und ihr seht ja auch, wir haben ja das eben in diesem Facu-Ding, in diesem Fragestellungsteil gelesen. Das war ein Stempel, der schon mal für einen anderen Shop verwendet wurde. Das sind Recycling-Shops im Prinzip. Die schreddern die im Prinzip direkt, wenn irgendjemand was gekauft hat. Das Geld sieht man nie wieder, weil das ist natürlich auch Überweisung. Was natürlich normal ist beim Goldensilberhandel. Deswegen funktionieren ja diese Betrugsgeschichten so gut. Aber es ist furchtbar schwer, die mittlerweile zu erkennen, gerade für Leute, die neu anfangen. Natürlich für Leute, die schon länger dabei sind, die erkennen sowas natürlich. Ja, das ist keine Frage. Aber es gibt durchaus auch Leute, die das nicht sind und die haben dann eben dieses Problem. Es ist eine ziemlich miese Problematik und auch eine ziemlich miese Thematik, um darüber zu sprechen. Aber es ist meiner Meinung nach trotzdem sehr, sehr wichtig. Weil es kann nicht sein, dass solche Sachen da sind und dass Leute da wirklich extrem viel Geld verlieren. So, ist es unwahrscheinlich, dass irgendjemand, der diesen Kanal jetzt guckt, vielleicht da bestellt hätte. Kann gut sein. Aber wisst ihr was? Solange es vielleicht eine Person gibt, die deshalb nicht bei Shops wie diesen bestellt, hat sich das doch schon gelohnt. Also, das sind einfach wirklich solche Sachen. Man muss wirklich extrem aufpassen. Man muss sich wirklich gut angucken, wo man kauft. Auch vielleicht mal bei gold.de in diese Geschichte da reingucken mit der Blacklist. Das ist wirklich auch ein sehr, sehr nützliches Werkzeug dafür. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Ja, alles wirkliche, was ihr sonst noch so an Fragen habt. Und auch wenn ihr vielleicht irgendwie euch Sorgen macht wegen dem Shop, auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich gucke mir die dann auch an und sage euch dann, was ich davon halte und solche Geschichten. Und dann finden wir das zusammen raus. Gut, ansonsten sehr, sehr gerne das Video bewerten. Das würde mich sehr freuen. Super gerne auch den Kanal abonnieren. Und dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.